Aufgabe 3 Von vornherein ein paar Regeln, an die ich mich während der Rechnung halten werde. Und zwar grundsätzlich gibt es für viele dieser Aufgaben mehrere Lösungswege. Ich werde immer den jeweiligen Lösungsweg auswählen, den ich am besten finde. Und es werden stets nur Lösungswege, Verfahren und Formeln benutzt, die in der Abiturprüfung auch zugelassen sind. Das bedeutet keine Tricks und keine exotischen Verfahren aus dem Studium. Außerdem, wenn sinnvoll, werde ich bei jeder Aufgabe unter dem i-Punkt oben rechts in der Ecke das passende Videotutorial zu dem jeweiligen Thema verknüpfen. Gegeben ist eine Funktion f mit f von x ist gleich 1 minus 1 durch x², die die Nullstellen minus 1 und 1 besitzt. Die Abbildung zeigt den Graphen von f, der symmetrisch bezüglich der y-Achse ist. Weiterhin ist die Gerade g mit der Gleichung y gleich minus 3 gegeben. Zeigen Sie, dass einer dieser Punkte, in dem g den Graphen von f schneidet, die x-Koordinate ein Halb hat. Natürlich ging das wahrscheinlich zu schnell, deshalb an dieser Stelle bitte auf Pause drücken, in alle Ruhe die Aufgabenstellen lesen, versuchen zu verstehen und die Abbildung oder die Kurve rechts anschauen. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr das erledigt habt und deshalb nehmen wir die Informationen wahr aus dieser Aufgabenstellung, die uns als erstes interessieren. Weiterhin war eine Gerade g gegeben und um die geht es auch in der ersten Fragestellung. Diese Gerade g mit der Gleichung y gleich minus 3 soll die Funktion f schneiden. Da versuchen wir uns natürlich vorzustellen, wie sie aussehen sollte. Und das ist einfach eine waagerechte Gerade, die die y-Achse bei minus 3 schneidet. Ich glaube, an dieser Stelle sind die Schnittpunkte hier am Schaubild eigentlich ganz gut erkennbar. Ja, der erste, also ein Schnittpunkt wäre hier und der andere wäre hier an dieser Stelle. Anhand der Aufgabenstellung sollen wir zeigen, dass einer dieser Punkte, in dem g den Graphen von f schneidet, die x-Koordinate ein Halb hat. Also kurz gesagt, hier ist die x-Koordinate von einer dieser Punkte und die sollte ein Halb sein. Natürlich müssen wir dafür eine Probe machen. Wir nehmen diese x-Koordinate, setzen es in unsere Funktion ein und entsprechend müsste dann minus 3 rauskommen. Und genau das prüfen wir jetzt. Also f von 1 Halb ist gleich 1 minus 1 durch 1 Halb ins Quadrat. Und versuchen das natürlich aufzulösen. Zuerst lösen wir die Klammer unten auf. 1 Halb ins Quadrat, das bedeutet 1 hoch 2 sind 1 und 2 hoch 2 sind 4. Kurz gesagt, ein Viertel. Und dann lösen wir diesen Doppelbruch auf. 1 mal Doppelbrüche kann man immer auflösen, indem man mit dem Kehrwert des Nenners multipliziert. Das wäre in diesem Fall 4 Eintel. Also wir haben dann einfach 1 minus 4 und das ist natürlich minus 3. Damit haben wir es schon gezeigt. Die zweite Teilaufgabe wird uns schon ein bisschen mehr rechnerisches Gönnen abverlangen. Bestimmen Sie rechnerisch den Inhalt der Fläche, die der Graph von f, die x-Achse und die Gerade g einschließen. Naja, natürlich müssen wir uns anhand der Skizze erstmal vorstellen, wie diese Fläche überhaupt aussehen sollte oder welche Fläche damit gemeint ist. Also wir haben einmal den Graph von f, dann die x-Achse, ich deute sie mal hier an, und dann noch die Gerade g, also die untere. Das bedeutet, gemeint ist eigentlich grob gesehen dieser Flächen halt hier. Und ich hoffe, dass es erkennbar ist. Durch die Definitionslücke, die hier in der Funktion vorhanden ist, können wir das nicht als Einflächenstück bestimmen, sondern müssen es ein bisschen aufteilen. Eine geschickte Möglichkeit wäre, hier, also bei diesem Schnittpunkt und beim rechten Schnittpunkt, hier bei der x-Koordinate 0,5, das Ganze aufzuteilen, sodass drei verschiedene Flächenhalte entstehen. Ich werde sie jetzt bezeichnen mit a1, a2 und a3. Und anhand der Symmetrie-Eigenschaft, die oben der Aufgabenstellung erwähnt ist, also die Funktion soll symmetrisch bezüglich der y-Achse sein, bedeutet das für uns, wir haben einen Vorteil, die Flächenstücke a1 und a3 sind gleich. Also das kann ich schon mal festhalten. a1 ist gleich a3, das bedeutet, wenn wir eine dieser Flächenstücke ausrechnen, reicht das aus. Außerdem haben wir in der Mitte noch einen Rechteck, wo man so einen Flächenhalt sehr einfach bestimmen kann, Länge mal Breite. Und damit fange ich auch an, mit dem einfacheren Teil. Also die Fläche des Rechtecks lautet Länge mal Breite und die Masse können wir problemlos aus unserer Skizze ablesen. Die Breite von minus 0,5 bis 0,5 wäre eine Längeneinheit und die Länge des Rechtecks ist zum Beispiel 3. Also, 1 mal 3 sind natürlich drei Flächeneinheiten. Gut. Daneben brauchen wir noch a3. Ich entscheide mich jetzt für die rechte Seite, weil ich hier positive Grenzen habe. Und natürlich für die Flächenberechnung brauchen wir ein Integral aufzustellen. Dafür benutzen wir das sogenannte Hauptsatz, die Integralrechte. Die Grenzen des Integrals sind, glaube ich, ganz gut erkennbar. Und zwar, die fängt bei 0,5 an und endet bei 1. Deshalb haben wir für die Berechnung von a3 einen Integral, der von 0,5 bis 1 läuft, von unserer Funktion f von x dx. Um natürlich diesen Integral zu lösen, brauchen wir als erstes eine Stammfunktion. Dazu nehme ich unsere Funktion hier erstmal kurz an der Seite. Und für die Stammfunktionbildung ist es wirklich empfehlenswert, sie erstmal umzuformen. Vor allem dieser x hoch 2 hat im Nenner nichts zu suchen. Deshalb müssen wir es nach oben ziehen. Und wenn wir dieser x hoch 2 im Zähler ziehen, ändert sich natürlich das Vorzeichen bei der Hochzahl. Dann x hoch minus 2. Und jetzt können wir endlich mal eine Stammfunktion bilden. 1 aufgeleitet sind ein x. Und hier bei der x hoch minus 2 lautet die neue Hochzahl hoch minus 1. Und die kommt unter dem Bruchstrich hier nach vorne. Minus 1 durch minus 1 sind natürlich 1. Also das wäre die Stammfunktion. Und für die Berechnung ist es natürlich wieder sehr günstig, wenn wir alles nur mit positiven Exponenten darstellen. Deshalb bringe ich dieses x hoch minus 1 wieder unter dem Bruchstrich. Jetzt kann es weiter mit dem Hauptsatz gehen. Also an dieser Stelle im eckigen Klammern trage ich meine Stammfunktion ein. Und das Ganze wieder von 0,5 bis 1. Als nächstes setzen wir die Grenzen ein. Zuerst die obere Grenze, also die 1. Deshalb haben wir 1 plus 1 durch 1. Minus die untere Grenze eingesetzt. 0,5 plus 1 durch 0,5. Und jetzt können wir das Ganze zusammenfassen. Vorne habe ich 1 plus 1 sind natürlich 2. Hinten 0,5 plus 1 durch 0,5. 1 durch 0,5 sind natürlich 2. Und plus 0,5 sind dann minus 2,5. Entsprechend lautet unser Ergebnis minus 0,5. Das ist natürlich nicht unsere Fläche, sondern der Wert des Integrals. Um die Fläche zu bekommen, müssen wir natürlich den Betragswert nehmen. Also entsprechend 0,5 Flächeneinheiten. Am Ende wollen wir nur noch die Aufgabenstellung erfüllen, indem wir die Gesamtfläche angeben. Deshalb schreibe ich hier A Gesamt. Setze sich zusammen aus A1 plus A2 und plus A3. Und die kennen wir, alle diese Teilflächen jetzt. Also 0,5 plus 3 plus 0,5. Entsprechend sind es dann am Ende 4 Flächeneinheiten. Und die Fläche zu bekommen, müssen wir die Fläche zu bekommen.